Ja, desto länger wir ihn warten lassen, desto mehr Pläne keiner schmieden für uns kalt macht. Ah, wieder ein Alphabolf, was mir erstmal näher kann, dass er verkippt. Egal. Doch, dass wir noch mal was tun. Ich weiß schon gar nicht mehr, welche Tasche ich dann, wenn ich drücke. Ähm. Ja. Öffnen wir einmal. Da ist die Kiste. Ich will das was schönes. Ja gut, vom 40 Chili haben wir noch nicht so viel. Ich werde jetzt ab für die Exquisite Mode. Neue Ausrüstung ist immer gern gesehen. Das bedeutet, dass wir nichts kaufen müssen. Okay. Im letzten Kampf keine Maki gewusst und jetzt die aber. Ja. 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 Also. Ja. Ja. Oh, ein roter Ritter? Ich glaub, das ist etwas... Hey! Danke! Aber... Aber... Jetzt... Geht aber ab hier. Oh, ich glaub, der hat los... Fähigkeit, wenn ich abgekriegt noch. Ich glaub, der ging irgendwie falsch richtig vorhin. Was für ein harter Bruch! Ich bin nicht... 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 Oh! Warte, hier taucht die Eule auf. Da! Es gibt Hörner. Warte. Ja. Wie geil. Teufelstörner. Ähm. Nein. Also mit den Teufelstörnern sieht es aber auch gut aus. Ich wöhn ihm die. Sieht ja aus wie so ein Stier. Nein, Katzenohren. Ich bleib hier auch bei den Katzenohren. Wöhnigung, dass ich überhaupt den Gedanken hatte. Es sah aber trotzdem gut aus. Da kommt alles von Winsen von seinen Ohren weg. Wobei ich sie trotzdem irgendwann mal ohne Katzenohren rumlaufe. Irgendwann. Nicht lange. Nur kurz. Äh, du hast ein Bedienfeld für den Fahrstuhl gefunden. Bitte an der Knopfdruck. Da geht's mal. Da, 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 da. Da geht's mal. So, ich finde, ich hätte das Weg wieder zurückrennen. Da steht wer. Mit dem Spügel sieht das halt aber auch mega cool aus. Irgendwas creepy, dass es nur ein Spügel ist, aber er passt. Nurhans. Ich bin erinnert. Da, da, da. Du hast du den Tag. Du hast du ihn. Ich finde, ich bin erinnert. Da bin ich in einen Spügel. Ich bin der Gain. Oh, ich bin erinnert. Ich bin erinnert. Ich bin erinnert. Und in den Fall. Ich bin erinnert. Geist ja das Witzel zappt. Jetzt ist das wieder dran. Ich finde das komisch auch mit dem Armpfugeln. Aber dann ist er dann gefallen in der Engel. Ja, genau deswegen. Er hat ja auch nur so eine halbe Maske, ne? Dazu dann die Hörner. Ja, gefallen in der Engel. Dann halt so eine schwarz-weiße Rüstung. Statt nur eine weiße. Wenn du eine schwarze. Ich finde, es passt. Er erinnert mich ein bisschen an die Firoz gerade. Wenn das Schwert ein ganz anderes ist. Das Schwert, da passt es einfach. Ja, so. Orangenfilet, ja. Das hätte ich gerne. Drittes Ugi. Wir hätten uns gar nicht hochheilbrochen. Speichere ich nochmal selber. Hinter dieser Tür war es ein Kampf mit einem Lord. Gehe ich vorher nochmal pinkeln? Ja, ich gehe vorher noch aufs Klo. Wenn es genau so lange dauert, wie beim letzten Kampf mit dem Lord, plus den Sequenzen. Ich glaube, da haben wir mindestens 20 Minuten gebraucht. Nämlich sogar 30. Dann bin ich gleich wieder da. Und dann geht es dem Lord an den Kragen, würde ich sagen. Bis gleich. Und dann bin ich wieder zurück. Oh, ich würde da nicht rein. Na gut. Oh, oh, wundervollen. Der hat mir mal ein paar Waffeln geholt. Jetzt Nervennahrung. Danke, Hybrid. Danke, Hybrid. Das ist ein Tor. Ich glaube es gibt die Ärger. Oh, Stufe 19. Nett. Oh, ich hab's aber auch klappt. Wo bist du denn jetzt schon wieder? Na 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 na, oh Gott. Huuu, war das knapp. Oh Gott. 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 wir haben die ganze zeit noch beim schlagen lechtern wenn ich meine kamera abbrüchen hallo madame könnte sie mich heilen mich heilen ich kann mich eingreifen Oh vor allem wenn er jetzt schon haben wir grauen schon davor wenn er in seiner letzten die Objekte. Ja, das nehmen wir auch noch mal. Das ist mir wichtig. Da sind wir zum Doppelgänger. Oh. Tööööö. Können Sie auch wenn ich mir so drehen? Obviamente ist einer aber schon... Oooohohohohohohohoho- Mhm? Nett. Wirklich. Nett. Ich will gar nicht.... Ich will mir gar nicht auf, weil was passiert, wenn man nur so einen von denen sagt. Hallo. Wollen wir mal heilen? Ja, genau. Problem, wenn man sie nicht heilen kann. Darf ich jetzt wieder? Okay. Äh, sie erstmal. Heiler wichtig. Danke. Jetzt halb los, schnell rennen wir. Ich kann doch nicht mehr ausweichen. Okay. So, was können wir gleich heilen? Wir wieder. Komm. 40 Gelee. Nein! Wie soll man denen besiegen, ey? Ich glaube, das müssen wir nochmal machen. Das alte Ding hat hier so reingehauen. Ja. Wir können nicht mehr heilen. Wir können nicht mehr heilen. Heißen. Aha. identificativ Adventist. Ich bin Ja, das müssen wir noch mal machen. Oh ja. Ich fühle mich so ein bisschen wie in einem MMO, ne? Ich weiß zwar nicht, wie ich draufkomme, aber hmm. So ein bisschen. Ich kann ja gar nicht aufweichen. Nicht dabei. Ich kann ja gar nicht aufweichen. Ich kann ja gar nicht aufweichen. Ich hoffe, wenn ich jetzt auf noch mal mache, dass wir dann wenigstens... Ja, okay. Nett! Wirklich nett. Wirklich nett. Strategie. Hm. Oh ne, stimmt! Akkursiv kämpfen. Na mal gucken. Ja, die Kämpfe haben sie sich. Also wir müssen ihn beim Zaubern unterbrechen, worum es geht. Und das muss ich sagen. Ja! 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 Vielen Dank! Weißer! Da hab ich denn zu spät reagiert! Was ist das? Ich bin der Weg... Oh wow. Nichts mita. Uhhh. Uhhh. Das wieder? So, wenn er sich jetzt gleich verdoppelt. So, dann mal einmal. Alles gerade auf einmal. Scheiße, das hat nicht geklappt. Jetzt kommt die Scheiße. Ich weiß gar nicht, wie wir den so viel Platz machen sollten. Was immer einkriegen war. Wie gesagt, was du beeinflusst, man. Okay, das geht gerade noch nicht. Alter. Wir kriegen den Kampf noch nicht. Das ist so unglaublich. Okay. Ich habe den Kampf noch nicht geklappt. Ich habe den Kampf noch nicht geflogen. Oh Okay, dann wird... ne, warte, Oranzengelee. Heil! So peter hat er gerade nicht. Deck. Ran. Über. Rechen. Er wird am besten noch mehr Items als beim ersten Versuch. Heil mich. Heil mich. Heil mich nicht. So, Oranzengelee. Heil mich. Heil mich. Bauch, Gott. Oh Gott, sie hat nur noch mehr Kussgeräusche. Die letzte Fall war echt mal nicht. Mit wir und nicht. Ich glaub wir sind zu schwach. Was ist das denn jetzt passiert? Ja. Warte. 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 Hey mich. Kassel. Ich bin glücklich. Du wirst lieben. Einfach drücken. Okay. Oh schon. Leg mess. Wieso soll man das überleben ey? Ja. Wieso? Danke. 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 Der letzte Verlind jetzt. Der letzte Verlind jetzt. Alter, wer hat sich diese Kämpfe ausgeschafft? Untertitelung des ZDF für funk, 2017